Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate. Heute möchte ich euch gerne von der 36. und von der 37. Schwangerschaftswoche berichten. Ich weiß ja jetzt nicht, wie weit ich noch kommen werde, deswegen mache ich jetzt auch direkt schon mal die 37. mit bei und da ist jetzt nicht so viel Aufregendes passiert. Ich war insgesamt jetzt zweimal beim Arzt, einmal spontan und einmal geplant beim Arzt und meine Hebamme war da und davon möchte ich euch jetzt gerne berichten. Ja, das ist jetzt das vorletzte Schwangerschaftsupdate, wenn man das mal so überlegt, wie schnell die Zeit jetzt so vergangen ist. Oh mein Gott, eigentlich hätte ich ja noch vier Wochen, aber nächste Woche, in einer Woche ist es ja dann soweit, dass ich diesen, ich weiß nicht, Sextio Termin habe, keine Ahnung, Kaiserschnitt Termin halt, ne? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, die Ärzte sagen immer Sextio, 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 egal. Ja, auf jeden Fall ist das das vorletzte Schwangerschaftsupdate und es ist schon total komisch, das so genau zu wissen, dass es jetzt wirklich das vorletzte sein wird und vielleicht aber auch das letzte, falls es schon eher losgeht. Ich hoffe ja nicht, ich möchte denen so viel Zeit geben, wie nur möglich. Ja, auf jeden Fall habe ich euch ja letzte Woche schon erzählt, dass es mir nicht ganz so gut gegangen ist, dass ich halt ein paar Wehen hatte, die ich wirklich stark veratmen musste. Was heißt stark, aber das kannte ich halt beim Leon nicht. Mir ging es dann nachher wieder gut. Es waren halt nur so drei, vier, fünf Wehen und die musste ich veratmen. Und ich habe auch gemerkt, irgendwas ist da passiert jetzt, ne? Also nichts Schlimmes, aber ich wollte es einfach nur mal absichern. Und deswegen habe ich spontan dann einen Frauenarzttermin bekommen. Und ich musste leider zu einem Vertretungsarzt gehen, also zu einem anderen Arzt. Jetzt nicht zu meiner Praxis, sondern diese Praxis hat noch eine Praxis mit noch ein paar Ärzten. Und da musste ich dann hingehen und Leute, ich gehe da nie wieder hin. Ich habe meine Freunde schon alle vorgewarnt, die werden da auch nicht hingehen. Der war super nett, alles war gut und CTG war auch gut, als das gemacht wurde. Aber, als ich da reinkam zur Untersuchung, der sah so gut aus, Leute. Der sah aus, als ob der aus einer Zeitschrift entsprungen wäre, wirklich. Der sah so jung aus, als ob der gerade erst mit seinem Studium fertig ist. Und dann denkt man sich, oh mein Gott, ich möchte keinen gut aussehenden Frauenarzt haben. Kann ja sein, dass andere Frauen anders denken, dass denen das egal ist oder so. Aber ich möchte lieber so einen älteren Arzt haben, der nach Arzt aussieht oder halt eine Frau. Also ich bin da eigentlich nicht so, aber ich war total erschrocken. Ich wäre am liebsten wieder rausgegangen, weil ich hang dann da mit Unterhose. Und ich denke so, okay, das ist so eine, ich weiß nicht, also ob das nur bei mir so ist, aber ich weiß auch von vielen, dass die das auch nicht gut finden, wenn der gut aussieht. Meine Freunde haben gesagt, okay, dann müssen wir, wir gehen da nicht hin. Also der war aber ganz nett und so, um Gottes Willen, aber das ist halt so total komisch. Ich bin zwar verheiratet, aber ich darf jetzt sagen, dass jemand gut aussieht. Und ich fand es halt so mega peinlich, dann da hinzugehen und wurde dann von dem untersucht. Der war total fachmännisch, so will ich ja gar nicht sagen, dass der irgendwie dann anders war oder so. Um Gottes Willen, aber es ist halt so peinlich. Man hängt dann da, ja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Deswegen, aber der war wirklich sehr nett und der hat dann als erstes meinen Muttermund kontrolliert, was ich ja dann halt sehr unangenehm fand. Und ich muss sagen, diese Muttermundkontrollen tun momentan wirklich sehr weh. Jetzt, als ich heute beim Frauenarzt war, tat mir das auch sehr weh. Da war ich wieder bei meiner normalen Frauenärztin. Das tut mir richtig weh, diese Untersuchung. Und ja, auf jeden Fall hat er nach dem Muttermund und Gebärmutterhals geguckt und er hat gesehen, dass der Gebärmutterhals von einer Woche von drei auf eins geschrumpft ist. Also irgendwann ist der ganz weg und dann könnte es sein, dass langsam der Muttermund schon mal aufgeht und so. Aber er hat gesagt, der Muttermund ist noch geschlossen, ist alles super. Und dass der Gebärmutterhals jetzt um ein Zentimeter, also jetzt nur noch ein Zentimeter lang ist, also um zwei Zentimeter innerhalb von einer Woche verkürzt ist, besagt halt, dass diese Wehen was bewirkt haben, was ja dann okay ist. Und mittlerweile bei meinem Bauch und bei der Größe der Kinder darf das auch so sein, hat er gesagt. Also damit können sie locker noch ein paar Wochen rumrennen. Und es wäre jetzt schlimm, wenn ich jetzt vielleicht so in der, weiß ich nicht, 27. Woche wäre oder also ein bisschen noch Zeit hätte. Ja, ansonsten haben wir dann noch mal kurz darüber gesprochen wegen der Geburt und so. Und dann meinte er so, ja, wollen Sie ja wissen, wie die liegen? Ich so, ja, gerne, weil ich will halt, dass die sich noch richtig drehen, damit ich noch normal und spontan entbinden kann. Und dann hat er dann ganz schnell nur einen Ultraschall gemacht. Er hat die Babys nicht ausgemessen, sondern er hat nur geguckt, wie die liegen. Und leider lag Ben, also der Erste, mit dem Popo unten wieder und Jonas wieder quer drüber. Also die liegen immer anders, also die haben immer zwei Positionen. Entweder, dass der eine quer drüber liegt und der andere unten, oder die liegen nebeneinander. Also die haben so einen gewissen Spielraum, sich die Position zu wechseln. Aber im Endeffekt, weil da werde ich auch oft nachgefragt, nach woran ich das denn erkennen kann, dass rechts Ben ist und links der Jonas. Bei mir ist es so, dass die Gebärmutter, also die Gebärmutter ist jetzt ein großer Raum, müsst ihr euch vorstellen. Das ist jetzt das Haus. Und dann kommen die Plazenten. Also ich habe ja zwei Plazenten, weil es zweieigige Zwillinge sind, werde ich auch wieder voll oft gefragt. Ist ja auch nicht schlimm, weiß ja nicht jeder, es sind zweieigige Zwillinge. Und deswegen hat jeder seine eigene Plazenta und alles, was da so zugehört. Und das sind dann die Kinderzimmer. Und die Kinderzimmer sind dann irgendwo fest verankert, in diesem Häuschen, in meiner Gebärmutter. Also Ben, sein Kinderzimmer, ist rechts von mir verankert. Und Jonas, sein Kinderzimmer ist so etwas links, ein bisschen höher verankert. Und die können sich immer so mal so ein bisschen rumwurschteln oder so, aber die könnten nie ganz die Plätze tauschen. So hat meine Hebamme mir das jetzt mal erklärt, weil ich mir da auch nie so sicher war, ist das wirklich immer der Ben und das immer der Jonas. Aber die könnten noch so ein bisschen die Position tauschen, dass hinterher doch noch der Ben der Erste wäre, der kommen würde. Aber die könnten nie komplett die Position tauschen. So hat meine Hebamme mir das, wie gesagt, erklärt. Und so wollte ich euch das jetzt auch mal erklären. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sie liegt immer noch falsch. Dann bin ich auch nach Hause gegangen. Und die Sprechstundenhilfe hat gesagt, ich kann auch wirklich jederzeit einfach zum CTG kommen, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe. Weil deswegen wollte ich auch kommen. Ich wollte einfach nur gucken, ob mit den Herztönen alles okay ist, ob die das auch gut verkraftet haben mit den paar Wehen, die ich da halt hatte. Man hat bei Zweien dann doch schon ein bisschen mehr Angst, wenn es jetzt so ein bisschen weiter dann auch wieder geht. Und dann wurde es ja Gott sei Dank immer ein bisschen kälter, weil jetzt bei der Hitze habe ich das wirklich sehr, sehr schlecht vertragen. Und jetzt, wo es ein bisschen kälter wurde und angenehmer für mich ist, geht es mir auch wirklich wieder richtig, richtig gut. Und gestern kam meine Hebamme auch. Und die hat dann auch noch mal ein bisschen untersucht, wie die Babys liegen. Sie hat jetzt was anderes gesagt dann. Sie hat mir ein bisschen Hoffnung damit gemacht. Sie hat gesagt, Ben liegt mit dem Kopf unten. Nee, Ben liegt mit dem Kopf oben. Aber er ist ein bisschen weiter oben wie der Jonas. Jonas ist ein bisschen weiter runtergerutscht und mit dem Kopf unten. Und da habe ich mich total gefreut, weil sie dann meinte, es könnte auch wirklich sein, dass der Jonas dann doch als erstes kommt, wenn er wirklich dann die tiefere Position bekommen würde und mit seinem Kopf dann auch unten wäre. Dann könnte ich doch noch eine normale Geburt haben. Also hat die mir ein bisschen Hoffnung gemacht. Aber sie hat gesagt, sie kann es nicht genau sagen, weil das jetzt wirklich sehr viele Gietmaßen hier sind und alles sehr viel ist und es sehr schwer momentan ist, das so mit der Hand, das so auszutasten. Ansonsten hat sie noch zu mir gesagt, dass es sein könnte, dass es wirklich bald Vorrang geht, weil sie das an mir sieht. Sie hat dann auch gefragt, ja, sind die Katzen anhänglicher geworden? Und ich denke so, ich war so am Überlegen. Ich sage, der Felix ist immer anhänglich eigentlich. Der kommt immer und der jault, wenn er nicht ins Schlafzimmer darf. Aber wir müssen ihn jetzt halt wieder dran gewöhnen, weil wir haben Katzen, die sind sehr schmusebedürftig und die würden sich auch auf ein Baby legen. Also die sind da nicht so, dass sie sagen, okay, da liegt ein Mensch, ich lege mich da nicht drauf. Nein, der Felix, der würde sich drauflegen, weil das so schön gemütlich ist. Und die Claire, die springt dann immer, also das hat die beim Leon auch immer gemacht, das ist sehr gefährlich. Die springt dann über den, über Leon rüber und die springt auch über mich rüber. Leon ist noch nie was passiert damals. Also ich habe eigentlich immer versucht, richtig aufzupassen. Und bei mir, ich hatte schon mal eine Kralle im Auge, weil sie das falsch eingeschätzt hat, den Weg, und ist dann irgendwie hängen geblieben. Und das ist mir einfach zu gefährlich, deswegen dürfen die Katzen im Schlafzimmer dann natürlich erstmal nicht schlafen, wenn die Babys da sind. Und auf jeden Fall ist der Felix schon sehr anhänglich. Aber ich weiß nicht, also eigentlich ist er immer anhänglich gewesen. Der liegt dann manchmal so eine Stunde auf mir, also ich schlafe, und der liegt die ganze Zeit auf mir und weckt mich, indem er meinen Arm abschlägt oder so, obwohl er gar keinen Hunger haben kann, weil er noch Futter im Napf hat oder gerade erst gefressen hat oder so, weil mein Mann ihn dann gefüttert hat, bevor er zur Arbeit gegangen ist. Aber irgendwie will er dann, weiß ich nicht, aber das ist auch so seit ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob ich mir dann einbilde, oder weil sie das jetzt gesagt hat, auf jeden Fall liegt es, könnte es wohl sein, dass die eine Geburt voraussehen können, dass es jetzt bald losgehen könnte, dass sie das so vorahnen. Auch wenn Kinder anhänglicher werden oder so, aber Leon ist da jetzt nicht so anhänglicher wie vorher auch. Also keine Ahnung, aber Felix ist immer sehr anhänglich gewesen. Also schon immer, auch als ich im Krankenhaus damals war, der hat hier nur rumgejault, weil ich nicht da war. Ja, das ist wie so ein kleiner Hund, ist er. Und sie meinte auch mal, könnte es anhand meiner Wassereinlagerung, die ich im Gesicht habe, könnte man das wohl sehen. Ja, ich habe eine dicke Nase, das hatte ich beim Leon auch, aber beim Leon war es noch ein bisschen schlimmer, weil ich da von vornherein auch schon mehr gewogen habe. Aber, also auf den Fotos sehe ich das, dass ich wirklich eine dicke Nase bekommen habe. Ich habe so schon keine schmale Nase, aber die ist ein bisschen dicker geworden. Ob mein Gesicht jetzt irgendwie runder geworden ist, das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber sie meinte, man sieht es halt daran, dass es vielleicht auch irgendwann bald losgehen wird, weil ich so viel Wasser im Gesicht habe. Aber ich habe Wasser an den Knöcheln, das sehe ich. Also da sehe ich nämlich fast keine Knöchel mehr. Und daher weiß ich, dass das Wasser... und hat aber auch zu mir gesagt, dass sie glaubt, dass ich Wasser eingelagert habe im Gesicht, weil ich ein bisschen dicker aussehe. Naja, ich lasse mich überraschen. Und dann hatte ich noch einen ganz normalen Frauenarzttermin, den hatte ich dann heute. Und da habe ich mich voll drauf gefreut, und habe gesagt, ich will mal gerne wissen, wie groß die dann sind, und wie schwer die sind. Ey, und die wurden gar nicht ausgemessen. Und ich war, boah, ich war total enttäuscht, aber ich habe das erst so im Auto realisiert. Ich denke, ach, die wurden ja gar nicht vermessen und so. Weil eigentlich hat die Ärzte nur, eigentlich wollte die nur meinen Gebärmutterhals kontrollieren, ob untenrum alles okay ist. Aber dann habe ich gesagt, ach komm, gehen sie trotzdem jetzt nochmal drauf, und dann gucken wir nochmal, wie die liegen, ob sie vielleicht doch noch spontan entbinden können oder auch nicht. Und dann habe ich mich hingelegt, aber ich habe ja eigentlich für jedes Mal ein Ultraschall bezahlt, diese 190 Euro, mit Foto. Aber ich habe da überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, weil, keine Ahnung warum. Dann hat sie den Ultraschall gemacht und hat gesehen, dass sie wieder falsch liegen. Also nebeneinander. Ben ist ein bisschen weiter unten, aber mit den Beinen unten dann halt und den Kopf oben. Und Jonas ist ein bisschen weiter oben und hat den Kopf auch oben. Ja, also liegen die wieder falsch. CTG war auch wieder alles super, hat sie gesagt. Und dann hat sie aufgehört. Und dann habe ich mich auch dann auch angezogen und dann meinte sie, also der Gebärmutterhals war weiterhin noch auf 1 cm. Ich hatte jetzt auch keine Wehen in dieser Woche. Also hätte mich das jetzt auch gewundert, dass der dann vielleicht nochmal kürzer geworden ist oder so. Und dann habe ich nur einfach mal gefragt, wie sieht es denn jetzt mit der Versorgung aus? Ist denn noch alles gut? Fruchtwasser und so. Ja, ja, alles gut. Fruchtwasser war noch genug da. Ich sehe, okay. Dann haben wir uns verabschiedet. Das war jetzt eine andere Ärztin, wie der dich hatte. War eine ganz, ganz nette. Und die hat mir dann viel Glück gewünscht und alles Gute und dass sich vielleicht doch noch irgendwas passiert, was sie aber zwar nicht glaubt. Und dann bin ich ins Auto gestiegen und habe ich mir gedacht, boah, die hat gar nicht geguckt, ob die Versorgung gut genug ist. Also man muss ja auch gucken, ob die Versorgung gut ist, oder? Gerade bei den Zwillingen jetzt so am Ende, denke ich mir. Und die Größe und das Gewicht hätte mich auch interessiert, ob die dann in den letzten zwei Wochen jetzt auch zugenommen haben. Weil das letzte Mal hatte ich ja vor zwei Wochen diesen Termin, wo die ausgemessen wurden. Da waren die bei 1900 Gramm und 2100 Gramm. Und ich hätte schon gerne gewusst, wie schwer die jetzt sind. Ob die zugenommen haben, das ist ja eigentlich wichtig, habe ich mir so gedacht. Boah, ey, die dachten bestimmt von wegen, ja, die ist nächste Woche Mittwoch eh im Krankenhaus, dann sollen die das alles machen. Ich meine, Gott sei Dank habe ich nächste Woche den Termin. Wenn ich jetzt nochmal länger warten müsste, dann... Boah, ey, toll. Nur weil ich vergessen habe darüber... Ich hätte eigentlich mal fragen können, ob die... Hätte die auch gemacht, sofort, aber... Keine Ahnung, warum die das nicht gemacht hat. Egal. Ärgert mich nur ein bisschen, weil ich echt gewusst hätte, wie groß die sind und wie schwer. Ansonsten habe ich keine weiteren Beschwerden. Gott sei Dank. Ich kann immer noch schlecht schlafen. Ich habe immer noch total die Durstattacken. Ich habe keine Fressattacken, sondern Durstattacken. Und letztens war ich einkaufen, weil ich so richtig Hunger auf irgendwas hatte. Und da habe ich gesagt, oh komm, dann gehst du mal einkaufen, guckst du mal, was du findest. Der ganze Einkaufswagen war voller Bananensaft, voller Möhrensaft, Joghurtsaft, also dieses Joghurtdrinks und ACE-Saft, all so eine süßen Säfte, wo auch mega viel Kalorien drin sind, war der voll. Und was habe ich zu essen geholt? Ich glaube, da war nur so ein bisschen Obst oder sowas drin. Also mehr war da nicht drin. Und ich wollte eigentlich so Chips oder sowas kaufen und ich kaufe voll die Säfte. Aber dann habe ich halt keine Fressattacken, sondern Durstattacken. Das ist genauso schlimm, glaube ich, was meine Kilos dann angeht. Ja genau, Kilos kann ich auch noch sagen. Also auf der Waage. Jeder sagt zu mir immer, oh du bist noch voll schlank und hast nur den dicken Bauch. Ja das stimmt, aber warum bin ich dann so schwer geworden? Ich war heute beim Frauenarzt und habe mich ja mit Klamotten und Schuhen gewogen und ich habe natürlich auch vorher schon was gegessen und getrunken gehabt. Und da habe ich, ich glaube 86 oder 85 gewogen. Alter Schwede. Beim Leon war ich auch kurz vor den 90 mit einem Kind am Ende. Also ich will nicht wissen, wie schwer ich in vier Wochen wäre, wenn ich bis zum Ende austragen würde. Als ich mich hier zu Hause gewogen habe, war ich bei 81. Also komplett nackt. Morgens, nachdem ich nichts gegessen habe und so, war ich bei 81. Das war letzte Woche und das heißt, ich habe 21 Kilo zugenommen in dieser Schwangerschaft bis jetzt. Also wenn ich mich zu Hause wiege und ich vertraue der Waage lieber zu Hause als der bei meinem Arzt. Ich bin wirklich schon total aufgeregt. Nächste Woche. In einer Woche werden wir zu fünft sein. Eine Woche noch. Das kann man sich nicht vorstellen. Naja, bevor das Video jetzt einfach noch länger geht, hier höre ich jetzt mal auf. Wir messen mal wieder meinen Bauch. Der ist bestimmt wieder größer geworden. Da muss ich noch nach oben laufen. Aber ist egal, ich mache es. Gott sei Dank habe ich noch so Long Shirts, weil sonst mir passt nichts anderes mehr. Mir passt keine Schwangerschafts-Mode mehr. Also um den Bauch, weil er halt so groß ist. Dann habe ich wirklich bei der Schwangerschafts-Mode schon bauchfrei. Ansonsten müsste ich mir Oberteile holen, die einfach viel zu groß überall wären, aber am Bauch dann passen würden. Oder vom Denison-T-Shirt. Aber ich glaube, das würde mir auch nicht passen. 116,5. Das heißt, 1,5 cm in einer Woche ist der gewachsen. Wow. Jetzt bin ich 0,5 cm größer als beim Leon, als ich zwei Wochen überfällig war. Das ist schon wirklich krass. Ich habe hier überall abdrücke. Ja, und so langsam kommt hier was Lilanes durch. Also ich weiß nicht, ob das Streifen werden wollen oder auch nicht. Aber ich hatte halt schon damals, als ich im Krankenhaus war, diese Wassereinlagerungen. Und da hatte ich ja auch schon dieses Geriffelte hier. Und das Geriffelte wird langsam dunkel. Also ich weiß nicht, ob das dann so richtige Streifen werden wollen. Aber es ist okay. Ich werde auch total oft nach der Linea Negra hier gefragt. Und das Braune und den Bauchnabel, das ist ja alles so von der Linea Negra aus. Von Leuten, die jetzt noch nicht so lange dabei sind. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber ich sage es jetzt einfach nochmal, das ist die Linea Negra. Und die entsteht durch eine Schwangerschaft. Aber die muss nicht jede Schwangere haben. Ich glaube alle, jede vierte Frau oder sowas hat das. Besonders dunkelhaarige Frauen haben das wohl eher. Und das liegt einfach an den Schwangerschaftshormonen. Und die geht aber auch auf jeden Fall wieder weg. Also beim Leon hat das circa zehn Monate gedauert, bis das weg war. Ich hatte auch genau dasselbe braune Bauchnabel und diese Linea Negra. Und es hat auch wirklich zehn Monate gedauert, bis das weggegangen ist. Ich werde es total vermissen, meinen Bauch als Ablagefläche zu benutzen. Aber ich freue mich auch schon, endlich wieder auf dem Bauch schlafen zu können. Das Video lade ich ja Samstag wieder hoch. Und am Samstag wollte ich auch ein Follow-me-around machen. Wenn noch alles gut geht, dann zeige ich euch, wie wir vorhaben, ein so ein Bett als Beistellbett umzubauen. Ich hoffe, das klappt. Ich bin mal gespannt. Und dann machen wir so die letzten Vorbereitungen so langsam. Ja, mal schauen. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!